Das ist direkt hinter dem Raser. Ja, aber der Zug geht nicht vom Gas. Wiederhole, der geht nicht vom Gas. Gehe auf Code 3. Der Wächtiger ist unterwegs in östlicher Richtung. Auf seines Green Golf Club vorbei. Ich brauche Hilfe bei diesen Ehren. Ich kann ihn nicht anhalten. Okay, Roger 13. Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs für euch. Er hört dich an. Versuche 10.59. Schlager eskassiert. Zentrale, könnt ihr eine Streifensperre behalten lassen? Achtung, alle Einheiten. Wir gehen auf Alarmstufe 2. Zentrale, Dienst des Status der Straßensperre. Schnell, kreist ihn ein und setzt ihn fest. Wir zwingen den Kerl zum Anhalten. Da ist der Wächtiger. Wir schließen auf. Bravo 2.1. Hier Charlie 15. Wir haben vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg am Sperre. Der Fahrer ist ohne Probleme durch die Sperre gefahren. Wir sehen euch. 10 Perl und 70 bereit. Geht weiter. Ja, Einstein ist gerade an uns vorbeigerauft. Ich häng mich dran. Nein, ein ausgefallene Einsatzwagen. Lagung aus. Lade. Ja, ich fange zu spät. Ja, ich fange zu spät. Das Schlafen gibt alle Verteidigungen. Aber die Schlafen sind sicher zu lassen. Das ist verbundlich. Und ich fange zu spät. Wir müssen den Kerl beruhigen. Können wir die Verfolgung abbrechen? Wenn wir ihn unter Druck setzen, richtet er zu viel Schaden an. Licht nachlassen. Wiederhole. Licht nachlassen. Setz ihn weiter unter Druck. An alle Einheiten. Verfolgung auf Alarmstufe 3. Einsatzmeldung. Einheiten der State Patrol haben jetzt die Kontrolle. Charlie 23. 23, guter Stelle. Entfallen. Sieht alles, was ihr habt. Kolb 3. Ich versuche ihn. Verstärkung ist immer noch ein paar Minuten entfernt. Er hat alle anderen ausgelockt. Gibt es noch Einheiten, die ihr hier her schicken könnt? Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Bravo 28, warte hier mit einigen anderen Einheiten direkt vor den Verfolgern. Halt uns bereit. Er ist ohne Probleme durchgekommen. Er ist durch. Ja, er ist durch. Der Wagen ist noch immer fahrbereit. Der Wagen ist noch immer fahrbereit. 10.33, schickt sofort komm, halten wir her. Aufgetauscht. Wir werden die Seite abdrehen. Ich habe einen Wagen verloren. Ich bin alleine währenddessen. Verstärkung ist jede Sekunde bei euch. Knappe zu 18, nähern uns aus Richtung Norden. Sieht gleich da. Ziel 1. Okay, ihr könnt mit mir rechnen. Meldung der Einsatzleitung. Wir sind jetzt auf Alarmstufel 4. 1041, ich überhole ihn jetzt. Zentrale, schickt alles was ihr habt. Code 3. Ich verliere ihn. Haltet durch. Einheiten. Das Richtige hat mich gerade geschreut an alle Einheiten. Eure, bleib vorsichtig. Mach den LKW frei. Ich schnapp ihn mir. Mach den LKW frei. Sie spürt ihn mir hinter den? Das ist der Fall hin. Dann bin ich dran für die Serien. Dann bin ich dran für Sie. Dann bin ich dran für ihn dann. Also, ich schnapp ihn mir vor. Und ich schnapp ihn. Und dann bin ich dran für sie. Er war nicht richtig platziert, er ist an uns vorbeigekommen. Sichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Ich bin bei. Start das Gebiet ab, ich hab ihn verloren. An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in nördlicher, in nördlicher Richtung. Im Dreieck zieht es... Wir sind wieder hinter ihm, er hält nicht an. 3-3, bitte melden. Einsatzleiter ist vor Ort und bittet um Lagebericht. Macht keine Ahnung, Stolten anzuhalten. Einsatzleitung soll entscheiden, wie wir vorgehen. Der Auf Venez. Kandelskaden passiert. Nimm jetzt die Verfolgung lassen. Kandelskaden passiert. Kandelskaden passiert. Kandelskaden passiert. Kandelskaden passiert. Er kann nicht weit sein. Ich fahre zurück und sehe nach, ob ich an ihm vorbeigefahren bin. Stand by. Unterstützerseinheiten, Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in südlicher Richtung. Robots für Achtung ab. Korrigiere, wir haben ihn, wir haben ihn. Ab Ziel erfasst, rührt sich nicht zu der Stelle. Können die Einheiten auf unserer 20 melden, dass wir in Warteposition sind und Sichtkontakt zum Ziel haben? Zentrale, der Richtige hat mich gerannt. Weiß nicht, ob ich die Verfolgung fortsetzen kann. Richtige Meldung, wir sind jetzt auf Alarmstufe 5. Alarmstufe 5. Achtung an alle Verfolgereinheiten. Für unsere Sperre liegen Nadelbänder in der Straßenbitte. Die Straßensperre hat nichts gebracht. Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. Verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Wir haben ihn. Der Fahrer hat die Nadelbänder nicht getroffen. Er hat uns getroffen. 10.33. Brauchen sofort und auf. 10.75, fahrt vor und haltet euch bereit zum Zugriff. Auf den Ball. Ich bin gerade gestreift worden. Verfolgereinheiten bleiben vor der Schraßensperre. In der Mitte liegen 10.57. Er ist durch die Schraßensperre gefahren. Bleib bei uns. Wir probieren das Neues auf. Versuche es hinzukommen. Mal sehen, ob er dann von da auf geht. Wir hatten zu wenig Nadelbänder. Das verdächtige Fahrzeug ist weiter fürchtig. Achtung an alle Verfolgereinheiten. Vor unserer Sperre. Wir bilden eine rollende Straßensperre. Auf mein Zeichen in Position gehen. Wir machen auf die Schraßensperre. In Ordnung Leute, bremsen wir den Chippen aus. Enge 10,65 bis, achtet auf den Verkehr, auf Bremszeichen. Untertitelung des ZDF, 2020 3,39 Leute, halten euch für den Zug noch geil. Der Richtiger hat uns gestreift. Der wird noch nicht freiwillig anhalten. Der Richtiger hat uns gestreift. Der Kahn ist von Kraft und Seite gefahren. Geringe Schäden. Er ist irgendwie ins Stadion gekommen und ragt über den Platz auf die gegenüberliegende Ausfahrt zu. Stand by. Code 6 ist dann kommen. Augen auf, er kann nicht weit sein. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Westen am Hickley Field vorbei. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielposition über das GPS. Aktuelle Infos folgen. Bestätige Zentrale. Hier ist 3 Delta 10. Habe vier Einheiten bei mir. Wir sperren den Bereich nord-östlich seiner letzten Position. Bravo 28, wir haben hier einen Zeugen, der uns einen Verdächtigen gesehen haben will. Wir sollten die Suche ausweiten. Der könnte schon sonst wo sein. Drei Einheiten bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020